Am meisten verdanke ich den Menschen, die in mich investiert haben, die sich Zeit genommen haben, die mich begleitet haben auf den schwierigen Etappen und Prozessen meines Lebens. Durch ihre Investition bin ich auch das geworden, was ich heute bin. Befähigung nennt man es. Und Befähigung ist unsere dritte strategische Initiative bei der Lebensseller Mission. In all unserem Tun soll Befähigung unser Handeln durchziehen. Wir möchten in Menschen investieren, an den Orten, wo sie leben, wo sie bleiben und sie in ihren Veränderungen begleiten. Dazu gehört beides, das Herz, die Motivation und die Kompetenz, dass man sich über etwas bildet und dazulernt. So geschieht nachhaltige Arbeit. Aus diesem Grund haben wir bei der Lebensseller Mission auch eine Hochschule und eine Akademie. Aus diesem Grund haben wir uns in unseren Weltmissionstätigkeiten ein Programm geschaffen, das junge Missionare in ihren Dienst begleitet. Zwei Jahre lang. Da ist extra jemand für sie freigestellt, um für sie da zu sein. Genauso spielt Membercare, die Fürsorge für unsere Mitarbeiter im weltweiten Dienst, eine große Rolle. Es ist ein eigener Fachbereich, eine eigene Abteilung. Befähigung zur Weltmission und zum Dienst ist deshalb so wichtig, weil wir nachhaltige Ergebnisse wollen und wünschen, dass Menschen innerlich stark werden und selber selbstständig als Säulen und Multiplikatoren in ihren Gemeinden, egal in welchem Land, für Jesus unterwegs sind. Danke, dass ihr damit investiert. Danke für eure Großzügigkeit. Gottes Segen euch.